Kyria, Kyria, Heldei Sonn, Kyria, Kyria, Heldei Sonn. Christus spricht. Ich bin das Licht der Welt. Gott, es ist so furchtbar, dass Kinder unheilbar erkranken. Es ist so unerträglich schmerzhaft, wenn sie sterben. Sei du bei diesen Kindern und ihren Familien. Lass sie deine Nähe spüren. Begleite sie daheim, im Krankenhaus oder im Kinderhospiz. Helfende nehmen ihnen die Schmerzen und bereiten ihnen eine gut behütete Zeit. Segne du die Kinder in den Hospizen und ihre Familien. Eltern können dort auftanken, wenn sie ihre Kinder begleiten. Sie brauchen Kraft und Trost. Segne alle, die dort ihren Dienst tun. Amen. Dona nobis passen in terra. Dona nobis passen domine. 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 Vielen Dank.